Viele wissen ja noch, wir suchen die Motorsäge Mal gucken was wir jetzt hier schönes zusammenbauen Wow Warte mal, ich habe doch da am Plan irgendwas gehabt Mit einem Einkaufswagen Einkaufswagen Ja, ich brauche jetzt erstmal meine Motorsäge, ihr Idioten Runter Ich hab doch gesagt, ich gehe nicht weg, bis du mir ein Fleischerbein und eine Mutusöche bringst. Jaha. Ja Junge, kannst du mir nicht sagen, wo ich eine Motorsäge herbekomme. Jaha. Jaha. Ja. Jaha. 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 Bom, Mama. gleich leute gleich hier ist ein Bohrer und alles drum und dran aber keine Motorsäge fuck man ich finde das einfach nicht ey eine handelsübliche Motorsäge und ich finde sie oh mein Gott Was ist das? Gott, Leute, Alter, ich finde die Tricks, muss ich sagen. Ich komme mir so scheiße vor, weil ich die Motorsäge nicht finde. Gibt es hier keinen handelsüblichen Baumarkt oder irgendwas? Mensch, Leute, was ist los mit euch? Ey, scheiße, Mann, ich finde die Motorsäge einfach nicht. Ich suche und suche und suche. In der Garage vielleicht? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Autobomben ist immer gut. Was ist das? 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Es ist der Wege, Leute, spielt niemals mit eurem Rasen mehr. Seht ihr nämlich die Auswirkungen, was passiert. Ey, jetzt mal ohne W2 ist das Ding. Hmm. Manometer. Ja, das ist das Ding. Das war's für heute. Die haben, die bleiben ja auch nicht ewig, die Mission, ey. Ja, Leute, ich weiß nicht, ich beende mal erst den Part. Und ja. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, let's play Dead Rising 3. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein.